Schönen guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe mal eine Frage. Was ist das denn da mit diesen bunten Federn? Das sind Alexander Sittiche. Und das da mit dem grauen Fell? Was ist das? Das sind Chinchillas. Chinchillas? Und was ist das da mit der blonden Mähne, was Salat frisst? Das ist meine Frau. Aha. Ja gut, die nehme ich. Das ist meine Frau. Ja, ja. Und hier die Meerschweinchen, das sind ihre Kinder, was? Natürlich nicht. Jetzt hören Sie mal zu. Oben steht groß dran Zoohandlung. Was kann man in einer Zoohandlung kaufen? Tiere. Richtig? Richtig. Na also, die nehme ich. Das ist aber ein Mensch und kein Tier. Das glaube ich nicht. Ich beweise es Ihnen. Hase, kommst du mal rüber? Hase, habe ich es doch recht gehabt. Hasenkosten 8,50. Also, bitte schön. Hier. Ja, komm mit. Ja, ist ein schönen Salat noch in mir. Sie kriegen noch 1,50.